Du hast dich wacke geschlagen, hier ist eine Lektion, die dich als Tycoon auf ein völlig neues Niveau bringen wird. Und Attraktionen sind toll, aber Roméo macht es noch besser. Dieser Golfkurs möchte sein unverbänden, kennbares Stil behalten. Also schau, ob dir eine Anpassung gelingt. So, dann begrüße ich euch hier natürlich wieder bei Volacusa Tycoon World. Boah, ich habe irgendwie ein bisschen Schluckhof, habe ich das Gefühl, ganz komisch. Jedenfalls, wir haben hier ein, ich glaube, wir haben zwei Attraktionen. So, Respekt. Also wir sollen 20.000 und das Tutorial wieder, also tun wir das Tutorial mal durch. Staunen, bauen sie ein Stück für Stück, ach jetzt sind wir hier scheiß, Achterbahn, mindestens 1000 Meter. Achterbahn, Begeisterung 5, das könnte man alles in allen machen. Ähm, maximal Zeit, oh fuck. Noch 12 Monate und minimal 1000, ey, das sind ja jetzt langsam Missionen, wo man sich denkt, alles klar Leute. So, also dann möchte man bitte den Golfkurs bauen. Und ich begrüße euch, ich habe hier eine Liste gebaut, zum 20. Part von Volacusa Tycoon. Heute ist der 16.12., also nur noch wenige Tage, also nur noch 8 Tage bis zum, ähm, bis zum, bis zu Weihnachten. Ähm, also Leute, dann macht man, dann kauft man schön ein. Äh, wähl Stück für Stück Motiv, äh, wo waren das gleich? So, wir sollen vier Wände bauen, ja was sollte man hier eigentlich bauen? Ich habe jetzt hier mir die Normalen ausgewählt, äh, so viel gibt es ja hier nicht. Also können wir auch nicht so viel verhauen, das ist gut. So, ich habe jetzt mal ein kleines Stück Mauer gebaut und jetzt sollen wir Reiter Dach auswählen. Äh, fahre mit der Maus mein Dach, um es dann zu platzieren. Beton, äh, drücke 2 und plus, 2 und plus. Achso, ja, bringt ja auch nicht viel, aber. So, wir sind fertig, jetzt brauchen wir es nur noch bezahlen, ok, klick auf Entwurf. Entwurf, 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 Ent, was? Ach, jetzt sollen wir den Dreck scheiß auch noch speichern? Äh, speichern, ist das hässlich. Und wenden. So, da wäre das Tutorial fertig, jetzt haben wir uns ein Stück für Stück Gebäude gebaut, was richtig hässlich aussieht, aber wir haben es gebaut. Ok, so und jetzt müssen wir alles nach und nach mal öffnen. Ich sehe schon, wir hängen dieses Mal, hängen wir ein bisschen länger hier dran, an diesem, äh, an diesem Projekt hier, an dieser Map. Ist natürlich auch nicht weiter schlimm. So, erste Aktion ist angeschlossen, alles so ein bisschen, äh, passt aber nicht ganz so zusammen, aber ist mir auch relativ egal. So, nächste Aktion muss auch noch ran. Äh, ist natürlich die Frage, wo der Weg jetzt hier lang führt. Ach, guck mal, hier ist alles so ein bisschen abgehakt. Äh, jetzt müssen wir uns ein bisschen selber entscheiden, wie wir das bauen wollen. Ich wäre vielleicht hier für so eine Brücke drüber. Und ja, eigentlich könnte man auch anpassen, jo, die gleiche Farbe, die man sowas an, äh, an, 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 den, äh, Straßenteilen. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber, kann man nicht, ich bin dem nicht. Ich bin dem nicht. Oh, jetzt habe ich hier eine Warteschlange hingebaut. Oh, okay, Leute, ich kann es gerade nicht kapieren, aber ich kann hier nichts hinbauen, also, jetzt müssen wir mal ein bisschen tricksen, glaube ich mal. Scheiße bauen. Ich würde es gerne schön bauen, aber ihr seht, es geht hier irgendwie nicht. So, deswegen machen wir es mal so. Oder sollte mal hier das Haus eigentlich hinbauen? Ich weiß es nicht, weil es ist nämlich missionsbeschränkt, und deswegen kann ich das nicht wegmachen. Deswegen, ich merke, den können wir ja gar nicht, den können wir gar nicht krumm machen. Oh, ist das schade. Einigermaßen krumm. So. Und jetzt müssen wir das Ding mal, ach, das Ding ist schon offen. So, die Sachen noch öffnen, und dann haben wir jetzt soweit alles geöffnet. Jetzt können, jetzt müssen wir dann nur noch die, Stück für Stück, okay, wir machen mal Play, wir gucken mal, ob wir schon irgendwas geschafft haben. Nein. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch ein Stück für Stück Gebäude mit einem minimal 500 Euro bauen. Ah, guck mal, wir können uns die fertigen Gebäude mal nach und nach kaufen. Die sind natürlich nicht gerade billig. Ach, unser kostet 208, Ah, hätte ich bloß ein bisschen mehr. Hätte ich das vorhin gesehen, hätte ich auch ein bisschen mehr dafür ausgegeben. Jetzt müssen wir uns noch ein Stück für Stück Gebäude kaufen, das so ein bisschen scheiße ist, aber auch gleichzeitig ein bisschen was teuer ist. Die Frage ist nur, wohin? Alter, was es hier noch alles gibt, die kann wirklich extrem viel draus machen. Eigentlich wollte ich gerade mal hin, die ein bisschen schreiben, weil das sich alles aufgegangen hat, aber ey, guckt euch das mal an. WTF. Ich wäre mal so, für den Pool wäre ich noch so dafür. Alter, warum? Also hier ist es, glaube ich, mal richtig scheiße zu bauen. Ich mag das. Ich finde das irgendwie sieht geil aus, aber man muss schon, glaube ich, eine ebenere Fläche haben, wo man das vonbauen könnte. Wie kann man das hier drauf bauen? Nee. Alter, das sieht doch richtig sexy aus. Das kriege ich doch niemals hin. Und mich kotzt das an, man sieht das hier nie, weil... sagt nichts. naja. Und jetzt andere Seite noch, äh, zwei. Nein! Gölftal. Gölftal. Äh, Shopping war uns für die Achter, der will wieder sein Spielzeug haben. So, und da können wir jetzt hier... Okay, das passt schon mal nicht, das ist schon mal nervig. Was ist denn mit dem Wasser hier? War es zu groß? Guck mal, das geht doch nicht. Man kann das nicht mal hinbauen. Wie sieht das aus? Wieso? Ach, das ist mir jetzt völlig egal. Also, eigentlich würde ich ja schön bauen, aber... Nee, bei so einem Scheiß, nee, vergiss es. Aber man kann hier richtig geile Dinger bauen, ein Jahr. Wenn man die Lust dazu hat. Zum Beispiel oben noch ein paar Geländer hin, aber... So, Ben, wir haben die 500 Hammer. Danke. Nee, also das ist ja richtig scheiße. Hier ist schon wieder so ein Scheiß-Fähnchen. Das kann man nicht wegmachen. Bisschen uns beschränkt. So, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt mal eine kleine Achterbahn. Die Scheiße ist bloß, wir haben wenig Platz. Ich möchte die Natur hier natürlich nicht so gerne zerstören, aber... so. Begreifung brauchen wir hier eine 5,40. Wir müssen Geld einnehmen. Und es dauert. 2-Jesse-Fähnchen-Levend 1-Jesse-Fähnchen-Levend 2-Jesse-Fähnchen-Levend Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, das geht mal locker hin, also Begeisterung ist sehr weit unten, aber das ist eigentlich kein Problem, weil die Begeisterung kann man ja auch noch steigen, ne, die Begeisterung kann man nicht mit Attraktionen steigen, Mist, ähm, 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 ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part, ich muss mich nochmal überleben, muss nochmal gucken, wie die Begeisterung zu steigen ist, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder mit einer super Begeisterung, os von weiß ich nie was, wenn euch der ganz aparte gefallen hat, nur noch, wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, dann kommt auch, ob ihr mehr davon sehen wollt, oder auch nicht, und dann sehen, äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt euer Mensch, Wort, ciao, 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 ciao,